Oh nein, Ruben ist auf Feuer! Ruben, nein, komm zurück! Die Lava ist näher. Wir müssen das Bild verhöhnen. Ruben wird verloren. Wir müssen etwas machen. Aber unser Bild wird in Flammen. Ihr bleibt hier, ich hol Ruben. Wir müssen das Cover, Jesse. Sei vorsichtig. Wir werden mit dir in Endercon treffen. Er ist schon sehr cool gemacht. Er sieht so schrecklich aus. Ruben, wo bist du? Gib mir ein Oink, wenn du mich hörst. Kein Ruben? Wo ist Ruben? Hm, Piggstrax. Oh, da ist Ruben. Nein, kein Ruben. Aber die Piggstrax... Oh. Wann, eigentlich ist er. Andere Seite. Er muss hier vorbeigekommen sein. Der Baum steht in Flammen. Ist aber nicht so gut, wenn Ruben brennt. Nein. Ruben hat das angefangen. Nein. Nur Oink, wenn du mich hörst. Ruben. Oh, ganz viele Rubens. Ruben. Ruben, bist du da drin? Stupid Pigg. Ich muss Ruben finden. Ruben? Hm. Das auch nicht. Ich muss Ruben finden. Ruben. Nein, nein. Du hast Pigg. Hey, alle Pigg, aber Ruben. Shut up. Oh, er sitzt bestimmt im Busch. Ruben sitzt im Busch, bin ich mir sicher. Ah. Oh Gott. Ein Huhn. Hehehehe. Wo ist Ruben? Irgendwo muss er doch sein. Schwierendes Kostüm. Hehehe. Ruben. Ruben. Oh nein, bist du da drin, Junge? Oh nein. Oh jeez, bitte nicht zugekackt, Ruben. Pfff. Eine Höhle. Oh mein Gott. Ruben. Oh, da ist er. Ich hab ihn gehört. Schwarz ist noch. Oh Gott. Bleh. Kannst du mich hören, Junge? Da ist er. Ich hör ihn doch. Gott. Ich bin mir sicher, dass er nach oben ist. Ruben. Ach Gott. Ruben, da bist du. Oh, ich bin so happy to see you. Oh. Oh. Ruben, run! Ich glaube, wir sind gut. Wow. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war auch ein Depp. Au. War zu langsam. Dammit. Oh. 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 Okay. Wir kämpfen. Get back. Stay behind me. I got you. Au. Yeah. Baby. Sehr gut. Krasse Kampfskills. Oh Gott. Oh. 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 Oberstädter Schmerz. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh. 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 hilf uns alleine lauf ich länge sie ab wir sind wir sind ein bisschen crazy drauf oh yeah es ist ein bisschen wasser ich will show you something not that this isn't a really cool dimly lit tunnel but how far away is this thing you want to show me careful jesse you don't want to get a reputation as a whip this isn't my first time in the cave Petra yeah but have you ever seen a wither skull whoa fresh from the nether you're the first person I showed it to so you better appreciate this you risked your life for that dusty old skull oh I risk my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull there's this guy I'm meeting up with an endercon he's gonna trade me a diamond for it being the resident go-getter pays off every once in a while literally hey as long as this guy is willing to pay I earned that diamond Wow Wow what in a single day you went to the nether you killed a wither skeleton I mean I did build a super cool statue but still it's pretty sweet being you huh you know you could come with me I mean if you're too nervous I totally get it but I wouldn't mind a little backup I'd be honored to be your backup don't have to make such a big deal out of it I just said you could come with me I know I was there it was amazing you just keep a crafting table down here comes in handy since that wooden sort of yours got busted you're giving me a new one even better you can make your own Wow let's do stones equals one store just grab what you need oh okay thanks hey is all this stuff yours no we're just stealing from whoever was dumb enough to leave us here of course it's mine just making sure oh here we go jackpot just place the pieces on the table okay um spout no suck yeah whoo see isn't it better when you make it yourself check it out endercons all lit up I can't believe it we won the enderman was the right way to go good for you jesse it's about time we beat lucas and his gang of jerks what kind of stupid name is the ocelots anyway you know lucas may be kind of arrogant but he has come through for me in tricky situations you might want to get to know him just in case he's got a building that's for sure it's always useful to have a guy like that around no matter what you might think of him personally yeah you might give him to everyone a chance just saying if you run into him at endercon try talking to it i don't need a lecture on the power of collaboration petra but a lecture on the power of my fists it's short but deadly come on let's hurry remember what endercon was like before it was cool remember what we were like before we were cool some of us will never be cool haha oh okay ich habe ein steinschwert alles klar ich nehme die zombies aber das sind echt viele gott ich fällt aus wow wow Der schenkt da hier noch ein kleines Lächeln. Wow. Wie geil. Das ist wirklich super nice gemacht, Leute. Echt cool. Oh, das war aber hart. Das ist faszinierend. Nichts, nicht du wissen? Du spielst in das Wasser. Du schadst aufs Rad. Man muss sich zusammen und folgen mir. Ich weiß nicht, ob ich Ruben sehen kann. Er muss hier irgendwo sein. Ich hoffe, dass du richtig bist. Also, als wir das Problem machen müssen, ich brauche, dass ich das zu sprechen. Okay? Ich habe einfach nichts zu machen. Oder jemand. Ich bin nervös für das? Given deine Persönlichkeit, deine Lebenserfahrung und alles, was du gemacht hast, um es zu diesem Moment zu machen? Ja. Jesse! Und Petra? Hey, alle wissen Petra, mein neue super-close Freund. Wir sind super-close, jetzt. Wir haben uns gegenseitelt, als ich für Ruben schaust. Ich habe ihn nicht gefunden, oder? Er wird bald oder später sein. Ich weiß es einfach. Ich habe ihn gesehen, aber bevor ich wusste, was passiert ist, wir waren unter Attacken von einer Zombie-Horde. Ich habe ihn gesagt, es war für seine eigenen Worte. Was warst du in den woods, Petra? Nichts. Nur... ...draunen von Jesse's high-pitched Screams. Ich hätte ihn als Spider-Bait, wenn sie mich nicht gefunden haben. Entschuldigung, dass wir nicht mit dir gekommen sind, Jesse. Aber hey, wir haben gewonnen! Es sieht aus, als ob die Freunde ababandenen und ihre Zeit und Neugier sind noch wieder bezahlt worden. Unser Enderman ist so leiflich, dass ich nicht überhaupt einen Blick auf sie hat. Wir haben alles gut gemacht, nicht wahr? Wir haben uns eine Siegesfeier verdient. Ich liebe alle verschiedene Party-Horde, aber besonders die, wo ich gewöhnen kann. Es ist Zeit, dass ich die Gäste von Ehren zu sein bin. Hey, Jesse. Es ist Zeit, um zu sehen, über die... ... die Sache. Oh, genau. Die Sache. Ja? ... als ein Punch in der Gesicht. Axel und ich, wir gehen in Endercon, in der Fall. Du hast da drin? Ich hörte jemanden sagen, dass es die Kette von der Karte gibt. Schnell. Wir sollten uns in der Alley da hin. Schmuck, schmuck, sehr schmuck in hier. Das ist wunderschön. Er hat gesagt, dass die Schmuck, schmuck alley close zu den Garten, aber... ... er nicht hier. Vielleicht ist er bald. Ich will auch mit. Ich will auch mit. Wenn er rauskommt, dann schmuck einfach für mich. Ich habe ihn gebeten. Und wer bist du? Ich warte. Ich warte. Du weißt, du musst wirklich nicht auf die Leute auf das. Es ist... Es ist schmuck. Du weißt, was ich nicht aus dem Schmuck. Ach. Ich muss mich mit Petra treffen. Ich muss mich mit Petra treffen, nicht mit dem du musst. Dämmel mir einen guten Grund, warum ich da nicht rauskommt, jetzt nicht rauskommt. Du bist ein, äh, Witherche... Oh Gott! Uh, well... Ivor! Ah, hier sie ist. Sorry, ich bin zu spät. Aber gute Dinge sind wert, für mich. Ich habe was du, was du hast. Wenn du was du uns gesagt hast... Du hast nichts über einen Us, als wir erst zu treffen? Und ich mag nicht die Überraschung. Wenn sie das sind die Leute, die du mitgebracht hast, vielleicht sollten wir das Ganze aufnehmen. Meine Freundin ist okay, right, Jessie? Kein Problem hier. Lass uns nicht zu hast, okay? Das ist nur ein kleines Verständnis. Lass uns das machen. Das ist das, was ich dachte. Proceed, dann. Lass es. Du hast es geschafft. Uh, das ist nicht ein kleines Verständnis. Nein, es ist Lapis. Oh Gott! Das ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass dieser Mann einen auf mich hat. Das ist so schlecht. Wir brauchen doch etwas für die Schraube. Das ist ein kleines Verständnis. Schrecklich das. Wir gehen nach dir. Ich kriege den Diamant, oder ich kriege meine Schraube zurück. Oder du wirst ihn bezahlen, richtig? Genau? Komm schon. Hast du ihn irgendwo gesehen? Uh, nein. Nein. Wir haben ihn verloren. Dann müssen wir ihn einfach wieder finden. Los! Oh Gott! Okay, meine lieben Freunde. Aber... An dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. Ihr schreibt mir auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, wie ihr das Ganze findet. Und lasst mir das Däumchen da, wenn es euch gefällt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Story Mode. Ich finde es sehr, sehr cool bis jetzt. Es ist wirklich super sweet gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir das Däumchen da. Und ja, gebt mir eure Meinung. Bis dahin. Tschüss! Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.